Wir stürzen uns für Sie aufs größte Volksfest der Welt, auf die 182. Wiesn. Das Münchner Oktoberfest, das ist ja auch ein Schaulaufen der Prominenz. Die Promis wissen ganz genau, dass sich hier jede Menge Fotografen und Reporter rumtreiben. Also die kommen ganz gerne hierher. Allerdings ein Getümmel in der Masse, da finden wir die Promis weniger. Mehr schon im elitären, im beschaulichen Kreis, in den kleinen Zelten wie drüben, zum Beispiel in Käferschenke. Und da schauen wir jetzt hin. Und dort treffen wir dann auch Kathi Hummels, die Frau von Profikicker Mats Hummels. Im Juni diesen Jahres hat sich das Paar getraut. Hier auf dem Oktoberfest ist die 27-Jährige allerdings alleine, ganz ohne ihren Ehemann. Der hat morgen ein Fußballspiel und deswegen sollte er sie natürlich nicht auf der Wiesn rumtreiben, sondern da müssen die Kräfte geschont werden. Und Wiesn ist ja anstrengend, wie du weißt, oder? Für die gebürtige Münchnerin gehört allerdings ein Besuch auf dem Oktoberfest dazu. In ihrem Glitzer-Outfit samt Glitzer-Dürndl und Glitzer-Tasche feiert das Model in der Käferschenke. Nur bei einer bayerischen Tradition macht sie nicht mit, nämlich der Massbier. Ich trinke keinen Alkohol. Einfach weil, erstens wage ich den Geschmack nicht und zweitens vertrage ich nichts. Und da habe ich viel zu große Sorge, dass ich mich irgendwie blamieren könnte. Neben viel Alkohol wird auf der Wiesn natürlich auch geflirtet, was das Zeug hält. Aber selbst der kleinste Wiesn-Flirt ist für Kathi als verheiratete Frau ein absolutes No-Go. Also für mich ist es tabu. Ich unterhalte mich gerne nett. Egal, ob man oder Frau, aber flirten natürlich nicht. Ich weiß, wie ich ihn gehöre. Also ab Bussi auf der Wange ist dann Schluss, oder? Das gibt es auch nicht. Dazu hat nur einer das Privileg. Und der heißt Mats Hummels. Sorry Flo, aber gucken ist ja noch erlaubt.